Wir haben ja schon 15.30 Uhr. Ich dachte gerade so, hä? Wir haben ja noch Nacht. Die geht jetzt hier auf oder was? Aber nee, wir haben ja schon wieder abends. Ja, vor lauter Rumlabern komplett den Tag verpennt. Aber das macht ja nichts. Da haben wir schon den 10. Mai. So, und die Stachelbären, die habe ich jetzt auch weggemacht. Tut mir leid, Bäumchen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich überhaupt soll ich überhaupt Eichenholz dafür verwenden? Vielleicht ist dieses Maplewood ein bisschen schöner. Ich weiß ja nicht. Sieht schon nice aus eigentlich. Aber ich habe gar keine. Also ich muss halt erst noch pflanzen. die Ahornsetzlinge, dass da überhaupt Ahornbäume entstehen. Und den Rest, den kann ich vergessen. Das heißt, ich muss jetzt fleißig anpflanzen. Und zwar einiges. Einiges muss ich anpflanzen. Habe ich dann vielleicht noch irgendwo diese Art von Setzlingen. Guck mal, jetzt kannst du hier mal eigentlich wieder das herstellen. Und das hier und das hier. Ich habe Ahorn, habe ich, aber nur in Form von Brettern. Und ich möchte ja jetzt erst mal den also ich möchte sozusagen hier so vier Dinger nach oben bauen, dass es nicht ganz so langweilig aussieht. Aber ich kann ja jetzt auch einfach mal rumfliegen und suchen, ob ich irgendwo Ahornbäume habe. Ist das Ahorn oder ist das Tigerwood? Tiger Woods. Ich glaube, das ist Ahorn. Ja, das ist Ahorn. Dann nehme ich mir davon mal ein bisschen was. War klar, dass die anderen beiden Bäume kaputt gehen dabei. Das hier pflanze ich natürlich das. Ach guck mal, das hier ist auch gewachsen. So, habe ich jetzt noch irgendwo, da hinten ist noch Ahorn. War natürlich jetzt sehr sinnvoll, dass ich das angepflanzt habe, wenn es hier sowieso sehr viel gibt. Und dann habe ich hier da so viel, dass ich davon gar nichts mehr brauche. So Hund, ich habe irgendwo ein Skelett gehört. Du hast es auch gesehen. So, mein Inventar ist voll. Aber nicht mit, aber mit Kirschen auf jeden Fall. Bienenwaren. Sag mal, für was brauche ich das alles, dieses Zeug? Ich habe keine Ahnung. Das mache ich aber mal hier alles rein, weil das brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wirklich. Aber die Ahornsetzlinge, die nehme ich mal raus. Kirschen mache ich da rein. Und die Bären, die esse ich jetzt mal. So, wo ist mein Hund? Hat er jetzt dieses Skelett? Da hat er jetzt dieses Skelett auseinander genommen? Und wo? Wo hast du das gemacht? Stimmt irgendwo hier hinten, oder? Ah ja, natürlich. Ähm, so, jetzt pflanze ich mal ein paar Ahornsetzlinge, auch wenn ich davon vielleicht nicht mehr so viel brauche. wo ich dann schon ziemlich viel Ahorn habe. Und? Ach, der rennt da hinten rum. Du willst doch bestimmt auch noch den Zombie erledigen, oder? So, dann bauen wir jetzt hier einen kleinen Ahornwald an. Und dann ist auch gut. Warum rennt das denn weg? Warum will das nicht sterben, dieses Skelett? So, ich hoffe nur, dass mein Hund sich nicht verläuft. Sondern, dass der hier schon wieder herkommt. Aber er ist wieder da. Wo ist das Skelett gestorben? Oder ist der entkommen? Ja, er ist entkommen. Aber er hat sich selbst getötet. Da er meinte, mich angreifen zu müssen. So. Und, dir geht's noch gut? Aber der hat nicht mehr so viel Bock, der Hund, so wie es aussieht. Ist ja aber auch verständlich bei so einem Herrchen. So, danke, dass du das gemacht hast, Hund. Das ist sehr nett von dir. Wir gehen jetzt aber mal wieder zurück. Und gibt's hier vielleicht noch irgendwo Ahorn. Ich will jetzt nicht unbedingt tausendmal hier. Ach, guck mal, da war doch hier so ein, ja, jetzt hab ich meinen Tree-Tab nicht dabei. Mein Zapfhahn. Dann hätte ich gesagt, komm, das machen wir jetzt hier mal weg und den Baum können wir stehen lassen, weil hier kann man ja wieder herkommen. Und da kommt ein Zombie angelatscht. das macht aber mein Hund. Oder auch nicht. Kümmer ich mich halt um die Spinne. Also der Hund, der hat irgendwie nicht so wirklich Bock, aber das muss er ja auch nicht. ich bin ja auch in der Lage, mich zu wehren. Aber trotzdem wär's ganz schön, wenn er das machen würde. So, Creeper, das macht er natürlich nicht. Fast wieder meinen Hund gekillt. Ah, jetzt ist er, also der musste anscheinend ein bisschen warm werden, dieser Hund. Immer so, dass sie ein bisschen hier auf Betriebstemperatur kommen müssen, und dass die anfangen, mich zu verteidigen. Da sind dann zwei Piss-Skelette, diese kleinen Baby-Piss-Dinger. Beide habe ich sie vermöbelt, Alter. Die wird auch vermöbelt, die alte. Und schon haben wir fast eine Viertelmillion Punkte, Alter. Das ist ja Wahnsinn. So, Kirsche, Ei, und schon ist das Ding wieder voll. Wie hoch soll ich denn gehen überhaupt? Ich will jetzt nicht unbedingt so ein 0815 Haus. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt hier schon ein bisschen Gas geben. das wäre das wäre ja peinlich, wenn ihr jetzt so lange habt warten müssen, dass so ein Billo-Haus bei rauskommt. Das möchte ich nicht. Das möchte ich euch nicht bieten. Was macht die? Stimmt doch was nicht. Ja, rollt sich die jetzt ab, Alter. Wenn die sich weigert zu wachsen, dann halte ich die ab. Ruhe, in Frieden, Birnenbaum. Und ich glaube, ich werde jetzt mal, wenn ich kann, ich weiß es nicht, dieses ganze Zeug hier durch Kartoffeln entsetzen, weil ich ja entsetzt bin. Nee, ganz einfach, weil ich irgendwann die Schnauze voll habe von den Farbstoffen. auch zu Gründen meines Inventars. So, und hier kommen die rein und die hier. Zack und zack. Iridium, wunderbares Zeug. Wo ist denn der Hund? Ach, da ist er. Okay, er hat sich also hoch teleportiert. Ich brauche aber trotzdem Ahornholz. Soll ich mit Knochenmehl arbeiten? Ich habe so viel Knochenmehl. Eigentlich kann ich mir die Frage schenken, weil das halt schon krank ist, wie viel Knochenmehl ich habe. Und das ist jetzt eigentlich kein Angeben, was ich hier machen will, sondern möchte das eigentlich nur betonen. So. Mach das einfach mal. Auch wenn es vielleicht nicht sonderlich effizient ist, weil ja Knochenmehl mehr kostet als Holz. Und Holz kondensen, da bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon, weil das ist ja eigentlich schon irgendwie komisch. so, aber das reicht, oder? Oder soll ich das ganze Knochenmehl machen? Schade, dass es von den Ahornbäumen keine größeren gibt. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber ich sollte ich pflanze sie mal wieder an hier, die Dinger. Ich stelle hier einfach mal dahin, wo ich denke, dass sie gestanden waren und hier noch ein paar hin. Weil je mehr ich anpflanze, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Dinger wachsen. So. jetzt machen wir noch einen und der hat genau gereicht. Das ist ja ein Traum. So. Jetzt haben wir aber genug und ich gehe mal da hoch oder auch nicht. Gehe mal hoch bis auf 75 vielleicht. Ja, das ist schon sehr nervig mit diesen Schuhen. Auch wenn die ziemlich nice sind eigentlich. Aber manchmal nervt das schon hardcore mäßig. So, was mit dir? Was mit dir? Was ist mit dem Hund los? Der hat gar keinen Bock. Ach doch, er hat sich nur aufgeregt, dass ich in der Luft bin. So, genau, schmeißt die Axt einfach weg und sammelt sie am besten gar nicht mehr ein. Was ist denn hier passiert? Ist hier ein Creeper explodiert oder was? Sieht auf jeden Fall scheiße aus hier. Da hinten sind noch mehr Früchte die ich pflücken kann. So, jetzt machst du mal hin hier und den hier noch weg. Sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Und der hier weg und der hier weg und der hier weg. So, jetzt habe ich hier so ein so ein jetzt müsste ich hier das alles noch mit Glas füllen. dann hätte ich einen auf den Kopf gestellten Spiegel Tisch gebaut in Riesen Format. Aber das sieht wahrscheinlich dann nicht so geil aus, so ein Spiegel Tisch hier. Jetzt würde ich sagen, ich mache hier mal Holzbretter hin. Aber ich weiß wie gesagt noch nicht, ob ich Eichenholz verwenden möchte. Also das nervt mich hier. Warte mal, ich mache mal so. So, bevor ich das Holz jetzt klein mache, lasse ich das mal. Diese Bienen, die mache ich auch raus. Und die kommen hier rein, bis der mal wieder was zu arbeiten hat. Alter, heißt das für Knochenmehl. Wie soll ich das alles verbrauchen? Das geht doch gar nicht. Ich hole das mal alles raus.